Es ist so dunkel hier. Ich will auf den Berg gucken. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Oh, ich bin vergiftet. Mist. Oh, der ist gar nicht dabei in unserem Gladiatoren Dingens. Da oben ist er. Gibt es einen schnellen Weg wieder nach unten? Außer zu springen. Ich bin in einem Feldbereich. Cool. So schnell geht's. Was muss ich tun? Eine Bande fahren. Ah. Ich muss sie einfach mal kaputt machen. Hey, stopp, stopp, stopp. Ich stehe total hier drin, ne? Ich hau einfach und mach alles kaputt. Und so find ich da nicht mehr. Was? Wo ist die Mänte? Hier. Oh. Oh. Die sind alle kaputt oder wie? Das kann ich noch nicht machen. Die ist einer, die meinst du gut. Das hab ich hin im besten. So ein Blickwinkel, wenn ich oder wenn ich näher bin. Dann seh ich gar nix mehr. Oh, die sind ja unendlich. Gut, haben wir gut gemacht. Müssen jetzt alle da hochgehen? Haben sie es überlebt? Gut. Dann ab ins Haus. Was kriege ich? Sauere Eier. Wo die Routine steigt. Oder Geld. Nimm die Sauere Eier. Oh, und weiter geht's gleich. Noch ne Aufgabe. Noch ne Aufgabe. Ganz. Hier so hin. Nutzen wir mal den Rückrufstein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und im Wasser gebadet. Und das süße Schweinchen, das folgt mir immer noch in die Smaragdstraße wie putzig. Meine Freundin hat auch lachen müssen, wie sie das gesehen hat. Holt, ich wollte hier rechts ran. Weil das ziemlich süß war, das Schweinchen. Ich soll mal so an Stufe 35 Messer-Dings angreifen. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Lauter süße Sachen. Hä? Da hätte ich auch was machen müssen im Nordkreuzgang. Ach. So, ich checke schon wieder nichts mehr. Ich flinte einfach mal in diese Ecke da. Ich schau wieder 17, die werden ja immer klasse. Oh, was ist denn das? Riesenspinniges Vieh. Ich komme gleich mehr, das ist schlecht, weil ich nicht alle auf einmal angreifen kann. Jetzt muss ich aufpassen. Geht weg. Oh oh. Kann ich mich ein bisschen heilen? Aber sind sie dann auch wieder vollständig geheilt? Sieht fast so aus. Hm. Von dir brauche ich noch drei Stück. Ein seltener Kaktur. Was ist denn ein seltener? Jetzt ist es wieder so Special, wo man dann kriegen kann, wo dann irgendwas gibt und dann... Hm. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Stufe 10. Da drunter muss ich... Okay. Und danach steige ich kein Level. Ist das nicht toll? Haha. Nein, noch nicht. Die müssen noch was besiegen. Dann brauche ich nochmal so ein Hex... Hexagon. Da hinten. Du, 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 du. Stufe 9 Plastiker Kobalus, brauche ich das auch? Das mit dem Bestiarium gefällt mir sehr gut, bestimmte Gegner holt so oft Oh, von denen gibt es auch welche, wo ich mal haben muss Oh, da habe ich aber nur einen erwischt anscheinend Ach Gott, das gibt es ja nicht Kriege ich die und will bei dieser Fate-Spielchen oder Auf jeden Fall brauche ich von diesen auch welche Das Spiel ist spitze, das gefällt mir so mega gut Also bis jetzt wird es nicht langweilig, auch wenn es viele Bring-Quests sind und alles Das ist so richtig gut gemacht Muss ich hier gleich abgeben Danke Danke Das Ereignis wurde abgebrochen Das ist so kaputt Das war's für heute. Ah, ich hätte natürlich den Magneten mitnehmen sollen, hm? Schatten sammeln. Was interessant ist, wie man Schatten sammeln kann, wenn man sie übereinander legt zum Beispiel, dann ist ein Schatten, oder es sind 100 Schatten, auch nur ein Schatten. So, jetzt habe ich meine Magneten, hm? Kann ich noch gar nicht rein? Leuchtturm Backenberg. Für dich habe ich die Magnete. Kann ich machen. Das war's für heute. Sonst mehr kann ich hier jetzt nicht machen. Wenn dann nur Sachen sammeln hier jetzt, das Rote. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann doch nur mit dem hier leben. Oh. Hier, deine Päckchen. Die Füße. Nee, wir nehmen wieder das Geld. Aber mit dir muss ich reden. Keine Briefe von mir. Niemand schreibt mir. Das ist schade. Ich würde so gerne Briefe bekommen. Und schreiben. Ich würde so gerne Briefe bekommen.